Wir sind nicht die größte Brauerei, aber die lustigste. Du bist zu uns gekommen und hast die Marketingabteilung aufgebaut. Ich hab mir sagen lassen, gibt grünen Pullover. Auf dem ist draufgestanden, ich ertrage nur das Glück. Ich glaube, es gab heute unendlich viele Geschichten, die wir verzeihen kann. Das heißt, es ist nicht immer so einfach geworden, weil es halt gar nicht mehr gegangen ist. Tag und Nacht warst du auf der Jagd nach den Hektolüttern. Schlafen hast du meistens im Auto. Entweder als Teilfahrer, manchmal auch als Fahrer. Immer jung, kreativ. Du bist immer weitergegangen. Du hast Trends aufgenommen und Trends gesetzt. Ich schließe mich dem Ausredner meiner Vorredner an. Wir wünschen dir Zufriedenheit. Wir wünschen dir Gesundheit und weiterhin auch ungewaltige Lebensfreiheit. Und zwar uns eine große Freude, wenn du noch lange mit uns zusammen die Wirtshausbänke toten kannst. Dankeschön für alles. Bleib wie es bist und lass uns gut gehen und in Ruhe statt. Wir wünschen dir die Dinge zum Kollaten. Im Augsburg-Gesfarten. Du bist in die gesamte anderen Schlafen-Gesfarten. Das ist das aber das Herzschlafen-Gesfarten. Wir wünschen dir, Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu-Jäu! Untertitelung des ZDF, 2020